4 Minuten auf den 2-0 macht er noch ein präziser Pass von Thierry Steinmetz und von den neuen Diedlingern. Der Sofian Benzoyer wird aufgeschlossen, Zeitgaufer macht 2-0 für die Lokal-Equipe gewirselt. Wir wissen allerdings, dass in der zweiten Halbzeit quasi kein Geiger wird da. Die Equipe ist auf dem Plan der Rigueur defensiv auf der Haute. Wir hatten einen kleinen Start.